Herr Berger, Ihr Vortrag hier auf dem zweiten Ökonomiekongress in Bayreuth heißt Chancen und Herausforderungen im neuen Jahrzehnt. Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie denn im Speziellen im neuen Jahrzehnt, gerade auch für den Standort Deutschland? Ich denke, Deutschland muss zunächst mal aus der jetzigen Krise heraus. Das heißt, wir müssen die Finanzkrise endgültig abhaken können. Wir müssen den Aufschwung, der sich abzeichnet und der im Moment ja auch im Gang ist, der Realwirtschaft stabilisieren. Und wir müssen drittens mit der Euro-Krise, mit der Währungskrise fertig werden, um dann wieder vernünftig wirtschaftlich wachsen zu können. Stichwort Euro. Was glauben Sie, wo liegen denn die Herausforderungen für Europa? Wir haben eine sogenannte Euro-Krise, eine Krise der Währung. Was glauben Sie, was muss in Europa getan werden, um die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen? Eigentlich muss man das tun, was man 1998 versprochen hat. Man muss klare Stabilitätskriterien festlegen. Wir brauchen also einen neuen Maastricht-Vertrag, der auch für Eventualfälle, wie zum Beispiel Staaten, die in Schwierigkeiten kommen, Euro-Mitglieder, die in Schwierigkeiten kommen, dafür Vorkehrungen trifft. Wir brauchen klare Verschuldungsgrenzen, die dann aber auch mit automatischen Sanktionsmechanismen wirklich eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass heute die Euro-Finanzminister, die ja alle die Schuldengrenzen überschreiten, dann darüber befinden, ob Strafmaßnahmen ergriffen werden sollen. Wir brauchen, glaube ich, auch Vorkehrungen, wie man in die Euro-Zone hineinkommt, aber wie man auch aus der Euro-Zone wieder austreten kann, oder wie man Mitglieder, die sich an die Kriterien, Stabilitätskriterien des Euro nicht halten, wie man die ausschließen kann. Und wir brauchen last but not least einen Mechanismus, der auch sicherstellt, dass die Europäische Zentralbank so unabhängig bleibt, wie sie angelegt ist. Das sind alles Dinge, die im Moment zumindest etwas in der Luft hängen. Viele Volkswirte, viele Ökonomen sprechen davon oder befürchten einen regelrechten Double-Tipp, also dass wir nach der Finanzkrise jetzt nochmal wieder untertauchen durch die Euro-Krise. Sehen Sie auch diese Gefahr auf Europa zukommen und auf die Finanzmärkte weltweit? Ja, die Gefahr kann natürlich sein. Also man muss schon sehen, wenn ernsthaft gespart wird, auch nur in den gefährdeten Euro-Ländern, also die berühmten PIX-Länder, Portugal, Irland, Italien, Spanien, Griechenland, machen insgesamt 36 Prozent der Wirtschaftsleistung der Euro-Zone aus. Wenn die massiv sparen, denn als Folge von deren Sparkurs, deren Wirtschaft negativ wächst, heißt das, dass sie weniger zum Beispiel in Deutschland kaufen können. Allein diese Länder haben gegenüber Deutschland ein Handelsbilanzdefizit oder wir, Deutschland hat gegenüber diesen fünf Ländern einen Handelsbilanzüberschuss in der Größenordnung von 40 Milliarden Euro. Das sind für Deutschland ungefähr 30.000 Arbeitsplätze. Wenn die den Überschuss sich nicht mehr leisten können, heißt das, dass in Deutschland 40.000 Arbeitsplätze in Gefahr sind. Mit anderen Worten, es kann auch sein, dass als Folge eines massiven Sparkurses zunächst mal das Wirtschaftswachstum in Europa wieder stoppt und erst nachher langsam wieder anzieht. Glauben Sie denn, dass die Politik momentan geeignete Maßnahmen ergreift, dass die Politik beweglich genug ist, um auf diese Herausforderungen wirklich reagieren zu können? Ja, mein Hauptproblem mit der Politik ist, dass ich nicht sicher weiß, ob sie überhaupt verstanden haben, was die Probleme sind. Denn bis jetzt ergeht man sich ja in erster Linie im Populismus. Man schimpft auf Banken, man schimpft auf sogenannte Spekulanten, die ja alle nicht die Ursache der Krise sind, sondern die Ursache der Krise sind Handelsbilanzungleichgewichte und Ungleichgewichte in der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen europäischen Wirtschaften. Die Ursachen liegen in einer unkontrollierten Verschuldung, eben in der Überschreitung aller Verschuldungsgrenzen des Maastricht-Vertrages. Und man darf sich nicht wundern, dass Menschen, die Staatsanleihen eines Landes besitzen, das instabil ist, dass sie diese Staatsanleihen verkaufen. Als Folge dessen fallen die Preise für diese Staatsanleihen. Da brauche ich kein Spekulant zu sein. Da brauche ich nur als simpler Privatmann oder der Pensionsfonds, der mein Geld verwaltet, der wird sich von solchen Anlagen trennen mit der Folge, dass die Preise fallen. Und das ist genau das, was in der Eurozone geschehen ist. Und das ist auch genau das, was derzeit mit dem Euro passiert. Das heißt, wir leben schon in einer Phase der Instabilität, die auch die Wirtschaft insgesamt verunsichern wird. Glauben Sie denn, dass die von der SZ, vom Herrn Rilheise, sogenannte Finanzdingsbumssteuer dann irgendeiner Weise zur Beruhigung beitragen wird? An den Börsen der letzten Tage war von Beruhigung ja nichts zu spüren. Im Gegenteil, man zeigte sich doch etwas erregt, dass eine mögliche Finanztransaktionssteuer kommt. Glauben Sie, dass solche Instrumente irgendwann zur Beruhigung beitragen können? Also mit Sicherheit nicht, wenn sie irgendein Land alleine einführt. Das hat man ja gesehen beim Verbot der Leerverkäufe durch die Bundesrepublik Deutschland oder durch das Bafin. Das hat erstmal international die Assoziation geweckt. Da sind die deutschen Banken nicht mehr sicher. Und die Deutschen selber haben Angst, dass ihre Währung und ihre Wirtschaft nicht mehr funktioniert und nicht mehr die hinreichende Substanz hat, um gegen Leerverkäufe immun zu sein. Und da haben die Börsen sich natürlich aus deutschen Werten und aus dem Euro weiter zurückgezogen. Eine Finanztransaktionssteuer ist ja nichts anderes als eine Umsatzsteuer, die Finanztransaktionen teurer macht. Die zahlt natürlich der Kunde. Der Kunde sind Sie und ich, wenn wir Aktien kaufen wollen oder wenn wir andere Währungen kaufen wollen. Der Kunde sind Banken untereinander. Die Kunden sind natürlich auch die Wirtschaft, wenn sie Kredite einfordern wollen. Das heißt, wenn Finanzdienstleistungen teurer werden, zahlt das natürlich die Wirtschaft insgesamt. Und jede Art von Belastung der Finanzindustrie wird natürlich zu höheren Steuereinnahmen führen. Aber es wird natürlich auch dazu führen, dass der gesamte Finanzsektor, der wichtig ist für das Gedeihen der Realwirtschaft, dass der teurer wird. Es kann sein, dass, weil dann auch Transaktionen zwischen Finanzmarktteilnehmern untereinander, also etwa der Interbankenhandel oder die Finanztransaktionen zwischen Banken und Hedgefonds oder Banken und Private Equity Firmen, weil die auch teurer werden, dass da vielleicht die Zahl der Transaktionen sich reduziert. Ob das am Ende gut oder schlecht für die Realwirtschaft ist, das hängt völlig in der Luft. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Berger. Bitte schön.